Das sind 101 kleine, kläffende Dalmatiner. In Walt Disneys fantastischem Zeichentrickfilm. Was macht er nun, Vati? Guck nur hin, dann wirst du es schon sehen. Lucky Lucky hinsetzen, wir können nichts sehen. Los, gib's ihm! Er jagt den bösen, bösen Pferdediet. Aber Petsch! Es handelt sich um eine friedliebende Dalmatiner-Familie, die in ein Komplott verwickelt wird, wie man es in einem Film noch nicht gesehen hat. Ein Komplott, ausgeheckt von Hunderäubern. Die Polizei ist schon hinter euch hier. Es muss heute Nacht unbedingt geschehen. Habt ihr mich verstanden? Die Händchen sind weg! Das ist Scotland Yard. Hoffentlich haben sie was herausbekommen. Hallo, sind Sie es, Inspektor? Ist die Polizei verständlich? Die Menschen haben getan, was in ihren Kräften steht. Jetzt liegt es an uns. Ich gebe die Meldung durch! Halt! Ein langer Jauler, zwei kurze, ein Jupp und ein Wuff. Zwei Jupps, Sir. Das klingt ja wie Ziffern. Drei mal fünf ist dreizehn. Melde gehorsamst. Das ist fünfzehn, Sir. Fünfzehn, selbstreden fünfzehn. Gespritzte, gesprengte, gesprengte Wesen. Wespen. Nein, nein. Wespen. Wespen, Sir? Fünfzehn gesprengte Wespen gestohlen. Pots Element. Das heißt doch Welpen, Sir. Selbstredend Welpen. Schauen Sie, Sir. Da kommt auf einmal Rauch aus dem Kamin. Den habe ich prima erwischt. Verflickst doch mal. Was war denn das? Schneid dir den Weg, Apari. Fang Sie ab. Unsere Kinder, wissen Sie, wo unsere Kinder sind? Findet sich abkömmlich, muss ganz schnell weiter. Ich schlacht die Tümmel vorwärts. Folgt mir. Gib mir mal Streichhölzer, dann räuchern wir sie aus. Batterie 1. Achtung. Gebt Feuer. Da sind sie. In den Wagen. Hinterher. Hinterher. da sind sie. Gute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020